Nach nur knapp vier Monaten ist die Beziehung von Maudela Kühner, 30, mit ihrem zwölf Jahre jüngeren Freund, Papa Y.B.N.I.M.I.T.I., 18, Pusssmoke in der R, wieder beendet. Das berichtet das Promi-Portal, TMZ, und stützt sich dabei auf die Aussagen eines Insiders. Erst vor einigen Wochen machten Meldungen die Runde, dass Kühner von dem 18-Jährigen ein Kind erwartet. Bestätigt wurde dies bislang aber noch nicht. Angeblich soll sich der Wapper nebenbei nach Konzerten auch mit anderen Frauen getroffen haben, außerdem habe sie einige eindeutige Kurznachrichten auf seinem Smartphone gelesen. Seit rund einer Woche seien die beiden bereits getrennt. Das Baby wäre im Übrigen bereits das dritte Kind vom dritten Mann für Plaküner. King Kero stammt aus ihrer Beziehung mit Rappertüger, 28, Dream ist die gemeinsame Tochter mit Riella Titi Bistarupka das Jan, 31. Dr. Prinz Vail, 20. Das Baby ist ein Bücher, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 24, 25, 25, 25, 28, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Untertitelung des ZDF für funk, 2017